Warte. Dann ey, steh mal neben mir und gib mir deine Gott. So, gib mir mal die Gold. Ich wollte dir gerade Gold geben mit meinen Dingen, Magier und mein Head. Ich glaub, das geht trotzdem, oder? Nein, kann ich nicht, deswegen. Äh, der hat... Harst, du kannst kein Schild benutzen, oder? Nein. Also, mit meiner jetzigen Rüstung nicht. Ich glaub, das hat auch nicht mal so viel. Ja, aber hier kann ich noch ein Gottesbad kaufen. Guck mal, das Spiel mag mich jetzt echt nicht, überhaupt nicht mehr. Jetzt hat es schon wieder seine Tage gespielt. Jetzt ist es einfach so gecrashed. Moin! Moin! Ich hab nicht mal irgendwas gemacht. Och man, wieso will ich das Spiel jetzt wieder nerven? Vorne lief's doch so gut, Böder! Okay, wenn's jetzt noch einmal nervt, dann ist wieder Ende im Gelände. Das Spiel ist dann wieder mal toll. Ich glaub, die haben so gesehen, ich hab einmal dieses Crash-Item gesehen, und ich glaub, dann mochte das Spiel mich wieder nicht. Super toll! Super toll! Weltklasse! Ja! Und sie ist jetzt für 9,99 Euro! Ja, Alter! Junge, das soll das fixen, diese Kacke! Ja! Kann doch nicht sein! Was ist denn das? Was ist denn das? Man darf nicht in sein Inventar gucken, hat der ein Dachschaden eigentlich? Was ist da dann so schwer? Hat der irgendwie was falsch programmiert? Ich versteh den Sinn einfach dahinter nicht, als ob Inventar viel Leistung zieht, oder was? Sieh das! Und? Poker mir doch Silber! Ja, mach's doch besser! Jetzt kommen die ganzen Hater! Mach's doch besser! Mach's doch besser! Als ob! Nee, okay, dacht schon! Haha! Okay, aber jetzt bleib bei der Mitte stehen, dann trade ich dir das Gold und so! Und trade du die Gottes-Scheiße! Äh, vielleicht brauchst du das? Ja, ich darf doch nicht in mein Inventar gucken, wird! Das Spiel macht mich halt grad nett! Ja, das muss mir das jetzt auch geben, das Gold Ja, stimmt! Kaußt du weiter Gottes Funnel? Gibt da irgendwie gute Lüstungen für irgendjemand? Ähm... Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas kaufen soll. Gibt's da was Gutes? Schweres Schwert, hast du das ausgerüstet? Keine Ahnung, ich kann ja nicht in den Tag kommen. Ja, dann kaufe ich halt einfach zwei Gottesbad, oder? Ja. Nein, da sind wir safe nicht am Stern, da könnte ich uns ja jede Runde halten. Da können wir sogar gleich eine Quest machen, oder? Eine Aufgabe, weil ich kann ja eh jede Runde halten. Ja, dann droppen wir rüber. So, okay, wo ist jetzt die Quest? Da ist eine Quest. Wo denn? Da ist eine. Hä? Du kannst doch da oben gucken, rechts klickst du drauf und dann weißt du, wo die alle sind. Okay, die leichteste wäre, wie laufen nach unten? Geistlord, das ist Stufe 5. Warte. Stufe 5. Hm, was machen wir jetzt? Soll ich hier einfach den Typen hier angreifen? Hä, wo ist der vergessene Keller, Alter? Muss man suchen. Vergessener Keller muss man suchen, steht doch da, der extra. Ja, aber ist scheinbar hier oben irgendwo, oder was? Ja, muss, ja, muss man suchen. Wollen wir mal die Machpletten versuchen? Die sind alle Stufe 3. Ja, mach. Hinterhalt, Magiava. Oder? Weil getrollt wird halt nicht. Alter, in der Nacht ist aber zu kämpfen schon geil, oder? Ja, aber der Trottel ist es... Was ist Rush? Äh, kannst du mich Speedboosten, dass ich schneller dran bin? Kannst du Leute Speedboosten, dass die schneller drin sind? Bringt aber ihnen kaum. Ja, mir bringt... Eigentlich... Ich könnte eigentlich Speedboost machen, weil... Ich kann ihnen kaum Damage machen. Hast du ja gesehen? Ich mach ihnen nur ein Damage. Lohnt sich gar nicht. Ich auch. Ah, der beeinflusst deins. Bist du das? Ja. Jetzt musst du... Was könnte am besten von Blenden... Wie fickt der mit Schmerz? Körperlicher Schaden. Ja, mach körperlich. Lol. Ja, toll. Der ist Spaß nicht. Jawohl, Junge. Aber so viel hat er jetzt nicht gebracht. Typ kann halt trotzdem nichts. Baut den jetzt weg. Tschüss. Jetzt noch Flamme? Ja. Ein schlammtes Übelst-OP, Alter. Das hilft manchmal... Ah, der Zauertblitz auf ein einzelnen Feind mit der Chance zu schocken. Lecker, Alter. Ja, das sammeln einfach. Können wir einfach irgendjemanden schocken. Ja, immer. Geh mal direkt auf die Fledermäuse dann da links. Wir müssen ja uns leveln, die sind ja alle Stufe 5. Die Gegners. Ja, oder? Wir müssen ja leveln. Aber ich glaube, du bist nicht dabei im Fight. Doch. Doch, bist du okay. Hinterhalt, oder? Nee, mach Kampf. Okay. Ach komm, gegen die kümmern wir uns. Drei gegen drei. Wir haben ja eh genügend Kräuter. Geh du auf. Ich versuch mal den einen zu stun schon mal. Oder nee, Vampir-Vanier-Vanier-Maus zu stun bringt irgendwie gar nichts. Ja, weil die ganz rechten. Wahnsinn. Oh, guck mal. Wenn du auf den ganz rechten noch gehst, dann ist er tot. Ja, was ist das für ein Def-Mittel, Bastard? Ja, Angriff erhöht. Geh auf den ganz rechts. Tschüss. Soll ich Ding machen? Er fleckenschaden. Mach, mach, mach. Das entflammt ist Weltklasse, Alter. Und dann entflammt sich der rechte Ehe. Ja, okay, der eine ist. Der ist tot. Sauber. Ja, der entflammt sich ja eh. Dann gehst du auf den ganz links. Und ich gehe jetzt ganz linken versuchen. Ermutigen, gut. Der ist tot. Tot. Tschüss. Und jetzt ist der entflammt. Und den da kann zu wollen hinten. Den mitten. Mitleid. Versuchen zumindest. Tschüss. Tschüss. Ja. Moin. Ecker. Ja, dann eben. Tschüss jetzt. Moin. Ne, egal. Der ist tot. Nee. Ja, genau. Entflammt. Du gröner Lischzwerg, Alter. Tschüss. Ey, warte. Ich tue es nicht. Den rechten geben, dann ist der Level 3. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ey, ich kann aber dich, glaube ich, ermutigen, oder? Ja, aber das passiert ja random. Kannst ja nicht allen stellen. Wollen wir mal da nach rechts gehen? Da war halt, ich weiß gar nicht, was das da ist. Da ganz rechts. Siehst du das? Da hast du eine Hütte. Wir müssen ja vergessen. Vergesst den Keller müssen wir finden. Ist eh hier irgendwo. Da oben links. Willst du da hinlaufen, oder was? Kauf oder repariere Seeschiff. Ich wäre dafür, dass wir hier in die Mitte nach rechts gehen, weil da ist eine Statue und so ein Fisch-Fing. Ja, ich gehe da hin. Da ist so eine Statue, nehme ich. Ja, was ist das für eine Statue? Ja, okay. Gut. Ich bin Level 3. Lecker. Also, dieses Ding zu diesem Hafen müssen wir, glaube ich, nicht. Das ist so ein Fisch-Ding, Fischerboot. Ja, geht nach unten. Hier bringt es eh nichts. Ja, noch weiß ich nach unten. Seeschiff wäre schon gut. Auch mal doch gar nichts jetzt. Stimmt. Ey, lass nach unten dieses Lager kaputt schlagen. Okay. Das Lager. Da unten links. Das ist doch ein Lager, so. Welche Flaggen, das bedeutet, dass es ein Lager ist. Alter, lecker. Kannst sogar gleich einen Fokus benutzen, um den zu attackieren, ja. So, tschüss. Wir gehen gleich auf Kampf, oder? Ja. Oh, ja. Easy. Oha. Ich gehe auf den Mittleren, so. Ja. Alter, die sind alle vor uns dran, außer du ganz am Anfang, weil du Speed hast. Hä, wo siehst du, dass die vor uns sind? Da oben. Kampfleiste. Siehst du auch den in den Köpfe? Ach so, ja. Da siehst du, wer erwartet ist. Okay. Dann erkennt man auch, wer schnell und schwach ist. Und ich kill den Mittleren, oder? Nee, du kannst auch nicht die ganz Rechten töten. Kann ich nicht töten, deswegen. Ja, dann gehe ich auf den Mittleren. Und du kannst den Mittleren nämlich auch nicht töten. Du machst ja elf Schaden, nämlich. Nee, ich hab zwölf gemacht. Ja, dann benutzt du Fokus auf den Mittleren. Ja, okay, mach. Und dann gehe ich auf den und versuche den zu halbtot zu kriegen. Wenn du jetzt Flächenschaden machen könntest. Kann ich jetzt später. Ich hab ja gehealt. Nee, ich will jetzt auf den Mittleren gehen. So, ich mach jetzt Fokus. Plus. Okay, der ganze... Jetzt müssen wir nur noch auf den Linken gehen. Ja, ist gut, dass die auf mich gehen, weil ich glaub, wenn... Wäre der jetzt auf dich gegangen, der hätte dir locker 30 Damage gegeben. Nee, die machen magischen Schaden. Ach, das stimmt. Das stimmt gar nicht. Okay, dann muss der Ding sogar... Ja, die müssen auf dich, also auf den ganz Linken gehen. Ich belegs, soll ich... Nee, hier noch nicht mehr nächste... Nächstes Mal. Also wenn du noch und ich, ja, der Match kriegen. Der Linke unter der Rechte. Ich mach mal hier. So, tschüss. Ich kann zu wollen Hitten, glaube ich, ja. Tschüss. Aber eigentlich ist unsere... Richtig gut eigentlich unsere... Unser Team. Unser... Ja, das ist echt ne gute Kombi. Wenn du dann Holzfäller nimmst, also Holzfäller freigeschalten hast, dann könnte ich nehmen, ähm, Ding, Straßenmusiker und Ding, Healerin. Jeder von uns hat ne Rüstung, oder? Setzt mal aus. Ich glaub, du hast ja ne Rüstung, ne? Ich hab Lederweste, ich hab genau... Ja, du sollst mal aussetzen, ich weiß nicht, ob die Linke hat. Die hat auch eine. Stimmt, die hat ja auch eine. Guck mal, die hat auch Widerstand übelst gut. Äh, das ist für mich gut. Oder? Ja, Ausweiten und Widerstand hast du ja eigentlich keine andere Cap. Geh mal da runter zu dem nächsten Lager. Dann machen wir uns auf Level 4 alle, oder? Und dann geh mal zu dem Gegner. Ja, aber der eine muss doch erstmal Level 3 werden. Ja, das schon. Der soll auf den Lager immer gehen. Komm. Der eine ist nicht dabei, deswegen geh ich noch nicht drauf. Äh, das ist gut für dich. Kannst du machen. Hey, die braucht doch EEP. Ist echt gut. Mach. Okay, gut. Braucht der EEP. So, aber auf Lager geh ich noch nicht, weil der Tank macht da nicht mit. Ich kann einfach Zug beenden, da oben rechts drücken, ne? Nur so. Die Frage wollen wir mal auf den linken jetzt gehen, oder da unten, wo wir alle stehen? Geh einfach runter da. Wo wir stehen. Ja. Moin. Die Mysterienverfahrung scheinend los. Du bist auf Kultgerät gestoßen. Ah, da unten ist so ein Kultgerät. Ich glaub, wenn wir das entschärfen, kommt kein Chaos. Ja, genau. Mach, lass das doch machen. Ja. Mach einfach normalen Kampf. Die besieg' mal. Diesen magischer Schaden. Ähm. Das heißt, dass sie am besten auf den Ding gehen sollten. Ganz links oder auf mich. Ja, bei mir machen die viel Damage. Auf wen soll ich gehen? Ist egal. Geh auf den Mitleidern einfach. Versuch mal dieselbe Taktik wie vor uns hinzukriegen, wenn es funkt. So, ich mach einfach Flächen, wie immer. Ja. Aber bis jetzt geht das auch nie daneben, kann das sein? Ja, das hat 90% Chance oder so. Oder 80. So, wen soll ich versuchen, einen von denen zu wollen? Den ganz rechten, wenn dann. Ja, doch. Weil wenn du 16 Damage machst, ist er auch schon tot. So, tschüss. Tschüss. Alter, die Axt, das ist von meiner Anfangswacht, die macht 24 Damage. Das ist schon krass, oder? Ja, hast du nicht schweres Schwert ausgerüstet? Nein. Kann ich ja nicht. Hahaha. Hahaha. Lass es einfach sein. Ich meine, meine Axt ist doch eh stark. Kannst du nie nochmal Flächenschaden machen. Oder soll ich den einen Typen? Ja, der eine ist dann tot, wenn du Flächenschaden trifft. Nee, das ist klüger, wenn nicht. Nein, ist er nett. Du machst beiden Schaden. Doch ist ja, wegen Entflammen. Wir müssen jetzt Entflammen gleich kriegen. Ja, der ganz linken nötest du ein gutes. Beide tot. Ja. Legit. Hallo, Flamme. Okay, gut. Ja, hat sich vollgebracht. Hat's vollgebracht. Ja, du bist tot, tschüss. Verpflichtig. Okay. Darauf einen Löschzwerg. Äh, 3 Intelligenz ist für dich. Ja, das mag... Ah, geil, du könnt zum Jahresmarkt ticken. Nice, Alter, nehm ich mit. Ah, ich auch. Lol. Geil. Vielleicht crasht es da ja nicht. Man weiß es nicht. Bin ich dran? Nee, du. Versuch das mal zu hin... Nein, nein, nein. Oh, ich meine, dieses Chaos-Ding? Egal. Nee, das ist eh für Stärke. Aber nö, zurückziehen. Das ist für Stärke, das Kult-Gerät. Glaub ich. Ja, greift er das mal an. Auf das Kult-Gerät können wir ja... Ja, okay, fuck, diesen... Die sind stark. Ach, du Scheiße. Okay, ich heil uns. Ah, nein, 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 nein. Was soll denn? Alles so. Ich dachte, der Ding... Ja, war schon. Ja, ist scheißegal, bin nur auf dem Kreis. Eigentlich kann ich körperlicher Schaden machen. Ich mach einfach blenden. Was bringt mir das so? Oder nee, doch, ich kann trotzdem noch viel machen. Ja, toll. Körperlicher Schaden ist, glaub ich. Ja, die beeinflussen das auch noch bei mir. Oh, Junge. Alter, heil jetzt, du, Basta. Gleich dann nochmal heil. Nein, 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 mit kleinen Flächen Schaden. Okay, gut. Die dürfen keinen Schaden machen. Ich muss jetzt versuchen, einen zu one-hippen. Komm. Kann ich fokus? Ja, komm hier. Ja, sicher doch. Sicher. Alter, was denn jetzt... Was ist mit denen jetzt los? Ja, geht nur auf mich, ihr löscht, Zwerge, Alter. Ein Blendtipfass und Blendt noch mehr Schaden, oder? Du machst halt echt. Nämlich kann eigentlich... Das bringt halt einfach nichts. Okay, gut. Das ist ja scheißegal. Schockieren, damit kann ich leben. Heilungsschaden macht halt die... Ja. Das war so. Das Ding ist, killst du den in der Mitte jetzt, oder was soll ich jetzt machen? Oder soll ich den in der Mitte killen, dass der keinen Angriff mehr abmachen kann? Nee, ich kill den in der Mitte. Ja, das Ding ist, die können... Dann kann der zwei... Da kann der noch einen Angriff abmachen, ne? Deswegen überlege ich... Ja, dann töd den einfach. Ah, komm. Kann der keinen Angriff mehr machen, der Typ. Gut, dass die auf die Heilerin gehen. So einen schönen Leintag auch gehen. Sowas lächerliches, Alter. Soll ich... Warte, sind die... Jetzt soll ich heilen nochmal, oder? Feuersturm. Feuersturm bringt dir nix. Wieso? Die haben sechs Widerstand. Aber in Flammen geht doch. Nein, geht nicht, weil es dann daneben geht, weil die sechs Widerstehen. Das macht ja nur sechs Damage. Ja, die andere ist ja auch magisch. Äh, was jetzt? Die, was mehr Damage macht. Ja, manche Fleckenschaden ist viel glüger. Sie ist so, bringt halt nix. Ja, ich... Die andere Attack hätte auch nix gebracht, dann aber... Doch, wenigstens Schaden. Nein, weil es ja auch magischer Schaden ist. Und Feuerhaft Schaden. Ist ja auch gegen Widerstand. Nee, hätten sie nicht, wenn du mehr als sechs Damage machst, dann ist das nichts. Dann ist ich widerstehen den nicht. Ja, aber ein Ding ist nur sechs Mal. Und das andere macht es acht oder so. Ja, acht, also hättest du, wenn du das perfekt schaffst, ist das halt besser. Wieso? Weil die es da nicht widerstehen. Ja, sieben, aber doch auch nicht. Nee, die kriegen ja so sechs. Hast du so... Den rechten kannst du da tüten, ne? Mit Blend. Doch, eigentlich schon. Muss ich perfekt schaffen. Tschüss. Soll ich Klub mal Heilung machen? Kannst du machen, ja. So, und der... Also, wenn wir dann... Ja. Wir müssen dann bald mal unsere Zelte benutzen und nicht mal unser Cloud. Es lohnt sich halt so wenig... Ich mach einfach nur noch Blenden, Alter. Die ganze Zeit. Tschüss. Dann macht der hier versuchen. Ja, klar doch. Geinmal Blenden, der ist tot. Okay, warte. Versuch einfach eine normale Attacke. Mach sogar, weil... Ich klinge noch mehr. Alter, fünf. Lemon Lab. Ja, das bräunert. Ich bin immun. Nein, ich benutze. Widerstand, magischer Schaden. Das brauch ich sogar. Hm. Nee, das kannst du auch gebrauchen, aber, ne? Magischer Schaden. Ach so eine Kette. Das ist eine Kette? Widerstand, magischer Schaden. Weil ich hab ne Kette, die hat Intelligenz. Ich brauch das sogar eigentlich gar nicht aussetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauch. Ich hab nen Seidenschal mit plus zwei Ausweiche. Ja, kann auch. Wenn du willst... Kannst du es nicht ersetzen mit deinen anderen... Ich glaub, man kann zwei Ketten tragen, oder? Weil ich hab auch zwei Ketten... Mann, jetzt seh ich nicht mehr, was das für Werte hatte, Mann. Ich sammel das erst mal. Kannst ja gucken. Ich glaub, man kann zwei Ketten tragen. Ja, kann man sogar. Nee, es sind die zwei dieselben. Ach so. Und beides dieselben. Equip die. Angelegtes Schmuckstück, angelegte Halskette. Ach so. Eins ist ein Schmuckstück. Ach, die hier. Okay, das ist irgendwie hier. Ja, okay, dann musst du da drauf. Ich dachte, das wäre wieder mit. Was machen wir jetzt? Dann gehen wir auf die Flieder-Maus dann gleich. Also wenn der... Fick dich, fick dich, fick dich. Hä, bestimme dein Schicksal. Ich kann nicht mal abhauen. Willst du mich verarschen? Ähm. Ja, mach einfach. Nice, nice, nice. Alter, du hast Glück gehabt sogar. Lecker. So, dann mach ich Zug beenden. Dann macht der Typ das gleich. Und dann gehen wir auf die Flieder-Maus. Aber noch nicht, weil der Typ ist aus der Reichweite, glaub ich. Der Magier. Ach, willst du die Fledermaus da töten? Raubboot im Sonst. Ich dachte, wir gehen runter. Was willst du da unten? Wie willst du da überhaupt hin? Du kannst doch nicht mal übers Wasser. Wie willst du da hin? Stimmt. Müssen wir erstmal so ein Boot dann kaufen. Aber greif die noch nicht an. Noch nicht. Mach ich das Zug beenden oder so. Ja, was machst du? Achso, willst du ja alles mal? Ja. Ich glaube, ich bin trotzdem in der Reichweite, oder? Nee, eigentlich nicht. Was soll ich wegmachen? Äh, Scorch, Chaos, Liv, keine Ahnung. Scorch. Alles andere bringt uns halt gar nichts, weil Chaos-Level haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Ein neuer Tag. Ey, guck mal, da ist die Oma, Alter. Alter, da ist ein Drache. Direkt auf die Oma, oder? Nee, nee, nee. Das ist zu feind. Der Drache wird dabei sein im Kampf. Hinterhalt. Soll ich? Soll ich? Ja, mach. Hinterhalt versuchen, oder was? Oder Kampf. Ist der Drache gut, oder was? Oder wusste ich das? Keine Ahnung. Das ist ein Drache. Ja, komm, mach Kampf. Das ist ein Level-3-Gegner, Alter. Oh, Kampf, Alter. Der hat 38 nehmen, der soll normal sein. Ich geh auf den. Ja, mach direkt. Die Magier angeht direkt. Äh, Immun gegen Betäuben. Wie sehe ich das gar nicht gegen Betäuben? Egal. Ich geh einfach auf den. So viel lehmer hat er jetzt eigentlich auch nicht. Dann versuche ich... Nee, ich versuche auf den nur zu gehen. Na, falsch! Aha, Mann! Ich wollte auf den anderen gehen. Junge, ich hab noch draufgeklickt. Dankeschön. Ja, die seeligste kannst du wohl nicht, wenn du es schaffst. Tschüss. Jetzt kommt der Drache mal gucken, was der für ein Attack des Haules rausbringt. Oh, Alter. Also Healing mach ich gleich. Oh, meine Glückmeilung, hey, wie geht's? Oh, klar, du... Klar, sicher, mach noch eine Attacke, halt mal. Ja! Ey, ich glaub, jetzt machen wir dann ein Zelt aufstellen, oder? Wollen wir ein Zelt aufstellen? Äh, erhöht die Gruppenverteidigung. Alter, nice. Wollen wir dann ein Zelt aufstellen? Ja, können wir eigentlich gleich machen. Aber jetzt brauchen wir es eigentlich gar nicht, brauchen wir noch nicht. Bevor wir irgendwas jetzt noch machen, dann. Bevor... Ich glaub, bevor wir so eine Quest oder so machen. Geht das mal in den Jahrmarkt. Ich würde auch rein. Äh, so, äh... Alter, was das für geile Dinge hat. Nächstes Level, 5%. Plus 18 Gold, allen Fokus wieder erlangen, allen Fokus verlieren, alles Gold verlieren, alle EP verlieren. Alter, alle EP verlieren, ey, ich wär das krank. Plus 54 Gold. 30% Schatztruhe, 37% Linkstand erhalten. Ich würde das, glaube ich, sogar machen, weil das gibt die EP bei vollem Ding, oder? Nichts Level. Das ist jetzt richtig problematisch. Ich geh, glaub ich, auf das ganz Rechte. Das ist die höchste Chance, wo ich hab. Schatztruhe! Äh, verspreise ich den Klee, um sofort aus jedem Kampf zu fliehen. Aber setz demnächst ein... Kriegspickel. Durchbohrender Schlag, plus 5 Geschwindigkeit. Alter, das ist ja richtig krass für mich eigentlich, weil dann hab ich sogar noch Geschwindigkeit-Boost. 13 magischer Schaden, das ist für dich gut. So ein Buch. Oder ich nimm den. Nee, das ist Gehirn, das ist für dich. Alter, geile Sachen. Ja, macht der 11 und ich glaub, entflammt es doch viel besser, oder? Soll ich gucken, ob ich's dir jetzt geben kann. Ich geh zu dir, ich geb's dir jetzt einfach so. Ich darf ja nicht ins Inventar gucken. Ich kriegspickel, so. Kann, glaubst, ich kann da auch hin? Ja, du, oder jemand hatte noch ein... Nein, nur, der ein, nein, guck, der kann nicht sein, oder? Ja, kann er nicht. Wer hat noch mehr, er hat kein Ticket, ich hab, der hat ein Ticket, doch. So, was, was hast du denn? Ich hab das ganz rechte gemacht, aber. Aber das ist sogar was anderes. Spielen, Chaos, drücksetzen. Nee, brauch man nicht. Das ist halt auch... Ja, das, da ist das Beste eigentlich, oder? Nee. Nichts. Du hast nur 4% tot. Ja, aber was wollen wir mit Dings... Obwohl... Der Rest ist, guck mal, allen Fokus verlieren, alles Gold verlieren. Das ist das Beste eigentlich. Oh, lecker, siehste. Oh, Mann, ich wollte eigentlich, äh, volle Gruppenheilung versuchen. Stimmt. Äh... Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt runter zu diesen Typen gehen, oder was? Zu wem. Oder wollen wir mal im Keller suchen, dieses Keller, scheiße da. Wir müssen uns in den Keller finden. Ja, wollen wir im Keller finden, oder mit nem Boot darunter, zum Geistenlord? Ja, da oben ist ein guter Keller. Da oben links. Ja, das ist da oben links. Ich versuche nicht, gegen diese Orks zu kämpfen, ich glaube, die sind gut. Ähm, ich muss, glaube ich... Wenn du willst, kannst du ein Zelt aufschlagen. Oder brauchen wir noch? So, nö, ich will jetzt nämlich, äh, ihr was machen. Was geben wir uns für das Buch. Alter, was das für drei auch Kleinkind? Wollen wir so ein Dreiauch-Kleinkind töten die, ne? Ich weiß nicht, ob da stark ist. Ich glaube schon, weil der so riesig aussieht. Oh, ne, nicht, nein, 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 nein. Der einst Level 4 und gibt gegen zwei will ich nicht kämpfen. So dritt. der Stattdorin Jürgen wir sind alle und Spiel außer der Tänke 0 oder wir schlagen hier ein Zelt auf und Knüppeln in der Tod ne eigentlich warum würde ich wirklich töten oder da lohnt sich ja auch gar nicht weiß nicht ob da was bringt ich glaub nicht hier irgendwo muss der seine ne oben ja bisschen oben links irgendwo ja da Chabalung Saka ding daka chung daka jetzt musst du aber langsam mit dem Momental ich glaub ich eine du musst jetzt endlich mal eine Sache ausrüsten soll ich es probieren gleich bist du dir sicher dass ich so riskieren soll ja da ist ja klar hier ist vergessene jetzt können wir die quest fortsetzen gut gemacht ja mach mal ok warte so jetzt geh ich hin einfach schnell Kriegsbickel ausrüsten ne kann ich nicht das stützt direkt ab wie so auch immer ich check's einfach nicht manchmal will ich das abstützen manchmal nicht ich weiß nicht warum check ich nicht ich versteh das Spiel einfach nicht vorhin hat's ja geklappt jetzt klappt's wieder nicht ich hätte noch eine Vermutung vielleicht anfangs des games hat man ja nicht so viele Gegenstände liegt vielleicht daran dass in meinem Inventat zu viele Gegenstände sind ne aber ich hab auch so viele ja schon aber vielleicht zieht das ja so viel Leistung mit meinem PC kommt nicht mitarbeiter einer schon das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich ja ich verstehe es einfach nicht ich verchecks nicht kann ich nicht irgendwie deinen Charakter spielen das würde ja das Problem jetzt auch nicht beseitigen vielleicht schon weil dann kann ich hinausrüsten ein gutes ja aber dann kann ich ja mit den anderen nicht mehr entziehen ich mach es mal so ich hab den bereit gemacht jetzt spiele ich den Holzfäller hoffentlich ich hoffe es klappt so wo sind wir ok so meine Bewegungen toll haben wir jetzt so viel verpasst oder keine Ahnung ne nicht eigentlich wir müssen jetzt wieder zurück zum Ding drin Alter ähm zurückzoomen stimmt dir wollte ich was ich musste dir noch was geben genau dir musste ich vor dir das Lehrling geben dann bin ich hochgegangen Mann ich will nicht zu den Huso hin toll toll jetzt ist schon wieder einfach so abgestürzt toll ok wähle nicht den Holzfäller jetzt liegt es vielleicht am Holzfäller aber ich weiß nicht geiles Spiel hat gar keine Bugs holt's euch jetzt vor allem da steht ja wenn da so keine Rückmeldung steht dann würde man nicht so denken ja liegt da an meinem PC aber da steht ja so eine Message Crashet Gamut please send to the developer biopo hä haha haha Spie macht mich aber heee he he so ich hab auch schon mal geguckt an was das liegt so inventory back oder so gibt es gar nichts zu spenden was nur du es ja weil ich voll viele leute haben unterschiedliche praktik von beim backformen gewesen das sind so bald haben einfach alle irgendwas hast du jetzt schon wieder holzfäller genug ich glaube das liegt bei daran jetzt wieso es gleich wieder abschätzen wird meinst du ja weil das ist einfach so abgestürzt obwohl ich gar nicht gemacht habe jetzt geht's doch ja jetzt gerade noch fick dich tschüss war doch hier ne ja jetzt mal so da kann ich ja nicht gleich hin ich würde es doch nicht mit doch dann dieses schwert weiß nicht ob es besser ist aber ja ich würde es mal versuch muss 18 gold so jetzt er köpfe ich das schwert hat aber auch keine rüstung ja der hat viel mehr angriff jetzt aber schwere schild ist glaube ich auch schweres schild ist halt 15 körperlicher schaden das andere hat plus fünf geschwindigkeit und durch bohren der schlag was ist jetzt besser ich glaube ich glaube ich glaube ich habe keine ahnung ja das mit 14 aber dafür hat es 14 nur weiß ich nicht ja nimm mal das mit 14 oder dann hast du durch das kannst du dich machen wenn überhaupt so allein betreten ne tschüss tschüss pro produkt tschüss tu da vorher ein zelt aufstellen soll nisse so ja natürlich das war zwar 90 prozent schauen lächerlich genau so da kann eh nur einer rein steht da das passiert ja wenn er steht mit da muss einfach jeder drin sein deswegen jeder muss auf diesem feld sein aber tu mein zelt davor aufstellen mit dem holzfäller ich brauche nur eine gruppenheilung nee aber ich will kein kräuter verschwenden zählt ist viel klüger wofür wir haben doch nicht mal so viel du hast doch bei der welt lohnt sich gar nicht so wenig leben kommt es brauche noch ich glaube nicht um ich kann doch gar keine gruppenheilung wie willst du es jetzt machen durchsetzen hier willst du es jetzt kannst du keine gottespart benutzen ne kann ich nur im kampf benutzen und dann würde ich einen angriff aussetzen und dann könnte vielleicht noch einer vielleicht wenn die jetzt 30 damage machen was ich nicht glaub könnte alter gewonnen hittet werden oben rechts kannst du zugelden oben rechts kannst du zugelden okay das kann echt nur einer betreten krass ja da geht der holzfäller rein ja dann schil ich jetzt meine eier ja dann gehe ich woanders hin lass da irgendwo unten hin oh ne ist es nur ein kampf als ob guck dir das fiech mal an okay das kann spaßig werden hä wie sollte kein ich habe kein inventar guck mal zufällige waffe aus rucksack holen ich kann nur eine zufällige waffe holen hatte vielleicht eine waffe knapp geklaut ich weiß es nicht aber egal so kräftiger schlag ist oder hast du vergessen habe ich nicht hätte keine hast du die waffe ausgerüstet und noch ein schild weil vielleicht was in einer einhandwaffe ich hatte keine schild auflösen ist meine lederweste aufgelöst was ist mit dem falsch ok der typ ist gut ich weiß dass man auch mal helfen wieso habe ich dir kein gottespart gegeben oder so irgendwas nochmals aufgelöst hat er kann es einfach auflösen verstehst du meine waffe wahrscheinlich aufgelöst gehabt also in dem der typ ist gut ja ich muss jetzt mal besiegen hey kannst du nicht diese attacke machen die 20 damit macht egal der ist tot doch aber ich versuche die gar nicht erst weil der krieg machst du manchmal auch gar kein damage sammeln plus 3 stärke willst du das musst du doch und sie muss sich also der der muss Prozent schlüssefragments aber er die erste käschen geschafft also die nur schon wo schon oder aber da steht immer noch findet im reich kann man da noch mal rein nehmen wir haben so geschafft das war scheinbar nur ein bus kannst noch mal zum zelt oder laufen was fühlst du da unten links eigentlich wir müssen noch dazu juni burg zu juni burg wo ist da juni burg ich sehe mich mal den namen runter durch die wolken ok ja da müssen wir als wahrscheinlich als nächstes sind weil wir können nicht mit einem Schiff irgendwo hin obwohl wir könnten ja ein schiff kaufen wir haben ja genügend geld momentan wo gibt es hier ein schiff keine ahnung wenn du willst könnten wir noch mal nach ort und warte bleib stehen wie viele schritte kannst laufen wir könnten ja ich kann dir ich kann dir ja wieder alles an geld geben so gibt es halt alles den holzfäller und der holzfäller kauft wieder kräuter und alles könnte man machen gibt es einfach alles in holzfäller er kann dann wieder irgendwas kaufen und kann dann später das schiff kaufen wie teuer ist kräuter dort kräuter 27 ja kauf keine ahnung kann nur 3 kaufen so und eigentlich wäre gut wenn ich barbat hätte ich weiß nicht was meiner hat grad wir hätten anständen ja barbat ja ich glaube das wäre besser 2 so dann kann ich man tut es sind mit als schließen alter du stress so ich will jetzt ihn sowieso erstmal hätte hätten das schwert wirklich geklaut der hurensohn das haben wir jetzt nicht mehr einfach geil da kann einfach das schwert drauf klauen die axt ist sehr gut von daher weltklasse spiel also wenn das kein applaus wert ist schon mal vor der welt der beste war gewesen so halt die allerbeste spiel geklaut ja finde ich super finde ich toll so barbat würde ich mir gerne geben so dienste pfeifenschmiedin alter das wäre gut für dich pfeifenschmieden das wäre gut für die heilerin dann kann die bessere mehr aus den kräutern machen kannst du überhaupt dir dienste gehen neigen nein ich meine überhaupt dienste ohne das abstürzt oh das weiß ich ja immer ne ist mir auch egal e was soll denn das jetzt schon wieder ich kann keine Felder laufen ich bin noch ein paar Jahre ja dann Hörer 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 er hat man doch gar nicht gehört das Problem Hörer aber ein Mensch gehört du hast keine Beweise aber hier nicht so wie so wie du wo was mache ich mit denen am besten kannst du mir dein Geld drüber naja das bringt ja nix du hast doch das ganze Geld voller Fokus plus 36 EP für wen wäre das gut brauchen wir nicht sparen das Geld für das Boot ne hat doch nichts mit Geld zu tun ist ne Statue hier lass mich die nehmen oder ja lass den Kopf doch machen und dann lass noch diese Biene töten und dann keine Ahnung geh ich auf oder so hab dann kein Bock mehr äh äh das ist ein Kräuter zu geben egal kümmert noch mal komm mal genau egal du ist die Vergiftungssagen also was habe ich es vergessen du hast noch gar nicht gegeben ja weil ich doch nicht in deiner Nähe war ja mach Flächen der eine ist tot tschüss tschüss so ähm tötet ihn guck mal 19 Schaden könnte ich machen ich weiß nicht wenn ihr auf wenig gehen das ist egal tut einfach oder nein tschüss loser naja der macht nur 5 damage alter was bist du für ein Versager tschüss sind die Leiche und findest das hier oh ja benützig benützig was dem nächsten Tag passiert werdet ihr nicht erfahren tschüss aber du weißt halt nicht ob gespeichert wird doch du kannst du speichern und beenden machen wir jetzt so also auch nicht ab so tschüss tschüss tschüss